Jo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu der ersten Runde Ghost of Tabor nach dem Wipe. Vor drei Wochen oder so gab es nämlich einen Wipe. Das heißt es wurde theoretisch alles zurückgesetzt. Und wir müssen jetzt wieder neues Zeug suchen. Wir haben dabei eine Pistole, äh zwei Pistolen, eine Pistole, die gefundene Pistole, die jetzige Pistole und ein Sturmgewehr. Von daher packen wir die Pistole einfach mal weg. Und dann gucken wir mal was wir hier so hinkriegen. Wie ich mich hin hocken kann, keine Ahnung. Das ist nämlich viel zu lange her, wo das Spiel ist. Und ja. Dann gucken wir mal. Die Wochen bleiben manchmal ganz schön verpackt. Das muss ich zugeben. Das sind immer noch nicht. Keine Ahnung von wo. Das war ein guter Fall. Na ja. Hier ist halt auch nichts mehr. Gucken wir mal hier. Ah, Banditschers. Perfekt. Dann... Das war meine Weste. Also es geht grad mega rum. Also auf jeden Fall wird irgendwo vor mir geschossen. Das könnte einer sein. Ja. Na? Oben auf dem Turm war auf jeden Fall auch einer. Das weiß ich. Die Schüsse sind verdammt laut. So, dann gucken wir mal. Ob wir hier was hinkriegen. Die kann ja auf jeden Fall springen. Ah, oder? Der wird hier ja nicht schlecht. Ich nehm jetzt auch mehr was drin. Shit. Da ist nix und mehr was drin. Oh, da ist nix und mehr. Perfekt, hier schießt man in einem Schalldämpfer. Hier ist nirgendwo mehr was. Hier läuft irgendwo einer. Untertitelung des ZDF, 2017 Das ist ja eine Lübe mehr. Was ist das? Da war noch einer Hier oben haben wir auf jeden Fall Da haben wir ihn auf jeden Fall getroffen Getroffen Und nehmen die Waffe und die Dann packen wir das hier mit rein Perfekt Aua Da war der Schrank Ja, da war erstmal nichts Der hat so grande ist krass Hat er irgendwelche Mogazine Perfekt Dann nehmen wir das noch mit hier hin Nehmen das noch mit Muss ich die irgendwie erst aufschrauben Perfekt Dann Gebt mir das da Und das Magazin nehmen wir noch mit Rack Die passen da nicht drin Das ist ja dickig irgendwie erst Das darfst jetzt Na, kommen wir klar Das müsste noch eins sein Können wir das jetzt nehmen Da rein Da rein Und was wir noch mitnehmen Kommt schon Jetzt die Granate Aber konnten wir die sich nicht mal irgendwo hinhängen Das ist mit dem Greifen im Spiel muss ich noch Bisschen lernen So Dann Gehen wir davon raus Und wir könnten Richtung Garage Abfahren Würde ich sagen Ja Dann kommen wir mal Weil irgendwo hoch kommt Und das ist nur hinten hoch Würde ich sagen Ja Das ist nur hinten hoch So Dann muss ich noch mal nach Kalibrierung gucken Weil so richtig Rennen tun wir ja nicht Vielleicht ist das auch so langsam Ich hab seit langem gespielt gespielt So Wir gehen Richtung Garage Genau Hier haben wir niemanden Wo ist denn die 81 Meter Da waren da Geschüsse So Fuck Das ist nur hinten Fällt Glaube ich wieder Dann endet das ja wie das letzte Ja Komm ich hier hoch Perfekt So Oh Das ist ein Exit Das ist gar kein Exit Das ist doch gleich In mir drin Da ist doch gleich In mir drin Ich brauche eine höhere Position Ich brauche eine höhere Position Auf jeden Fall Da ist doch auf jeden Fall Eine Kiste Ich sehe jetzt Es bewegt sich halt hier auch nix Ich sehe jetzt Es bewegt sich halt hier auch nix So So Perfekt Da hinten hat auf jeden Fall eine geschossen Da müssen wir mal ein bisschen wachsam sein Ich glaube das ist ein MPC Ich glaube das ist ein Ausgang Jetzt habe ich aber Vielleicht meine Position verraten Ich muss das glaube ich noch umstellen Dass ich immer mit dem Stick Dinge tue Wo waren denn die Docks Verrufen So Perfekt Dann skippen wir jetzt mal nämlich hin Perfekt Dann skippen wir jetzt mal nämlich hin Ist das ein NPC oder Ich könnte Ich glaube Ich denke ich hoffe Ja Also ein bisschen klarkommen, muss ich mit dem Spiel noch. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, schreibt den gerne in die Kommentare, weil ich denke, ich sehe noch ein bisschen hoffnungslos aus, beziehungsweise hilflos. Ich meine, ich freue mich schon über zwei Kills, aber was will man mehr, ne? Ist das jetzt ein Typ oder ein Spieler? Okay, schreibt davon aus, dass das ein NPC ist. Ich hoffe, es ist nicht richtig. Perfekt. Das können wir hier noch ab. Das können wir nicht aufmachen. Hier gibt es vielleicht noch was. Okay, perfekt. Legen wir das da rauf ab. Und ab in den... Ach so, kommit. Das ist nochmal ein PC. Hoffentlich. So. So. That's it. So. So. Na, gehen wir dran. Tür zu machen. Ähm. Und dann... Die lässt man... Das ist halt scheiße. Wie krieg ich die denn da dran? Das ruhig Magazin. So. Hm. Dann machen wir es einmal so. So. Und... Dann kommt das noch... Da rein. Eine Wasserflasche. Keine Ahnung, ob ich die mitnehmen muss. Ob das was bringt. Ja, mir jedenfalls ein Visier. Ich kann nur doch hier... Nein. Ah. Perfekt. Äh. Ja. Dann... Ah. Ein kleiner Rucksack. Nehmt ihr noch mit. Und dann... Machen wir mal... Lucky Lucky. Dann gehen wir hier einmal raus. Und wir sagen... Ist der erste Weg doch keine Rucksack abgelaufen. Gucken wir mal... Ob da was drin ist. Nein, natürlich nicht. Und dann Abfahrt. Perfekt. Ich glaube das waren alles NPCs. Der eine war vielleicht echt. Also... Okay. Nehmt. Return to Seifers. Auf jeden Fall. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Schreibt mir gerne Tipps und Verlässerungen in die Kommentare. Und ja. Und die sehen uns beim nächsten... Video würde ich sagen. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Germitzi. Dann macht's gut. Ciao, ciao.